Sieht nach Regen aus. Ich glaube, ich werde meine Matratze mal lieber hier zusammenfalten. Diese Isomatte, die ist aufglasbar und ist gar nicht so einfach wieder zusammenzubringen. Als erstes Ventil einmal drehen und auf und dann von hinten anfangen zusammen zu rollen. Gerne immer zwischendurch noch mal ein bisschen nachdrücken mit vollem Körpereinsatz. Und jetzt ist die Luft raus. Aber wer denkt, jetzt ist man fertig und kann eintüten? Das stimmt leider nicht. Jetzt haben wir gerade mal die Luft raus. Nur müssen wir es wieder ausrollen. Jetzt, wo die ganze Luft raus ist und nicht mehr reinkommen kann, einmal halbieren, damit ich sie auf ihr Packmaß bringen kann und wieder zusammenrollen. Diesmal geht es auch schon viel leichter. Da ist keine Luft mehr drin, die sich wehrt. Nichts ist sperrig. Aber am Ende müssen wir noch ein letztes Mal die letzte Luft herauspressen. Ventil wieder zu. Schleifchen drum. Und rubbel die Katz in sein kleines Poliersterkleid. Da ist ja das kleine Raumwunder. Das ist ja nur das. Das ist ein Daumen hochwertig. Das ist ein Daumen hochwertig. Was ist ein Daumen hochwertig? Ja, daumen hochwertig. Wir haben es noch.